Was geht Leute und willkommen hier zu einem erneuten Video auf dem Kanal RoniTV. Jetzt könnt ihr gerade nur lesen, ja, ähm, YouTube Pause, eine Woche, RoniTV gestrichen. Was ist passiert, was ist vorgefallen, wieso, weshalb, warum, wird in diesem Video erklärt. Also, ich korrigiere nochmal, YouTube Pause ist es nicht. Es ist eine Stream Pause, ähm, es ist einfach nur eine Stream Pause. Es ist keine Videopause, es werden, ich habe noch ein paar ältere Videos, die haben wir mal vor 2, 3 Monaten aufgenommen. Die werden jetzt die Tage kommen, aber aktuelle Videos erstmal nicht, mal schauen. Auf jeden Fall, es werden Videos kommen, nur keine Livestreams. Ähm, der Text, die Begründung, wie auch immer, die habt ihr bei der Community, habt ihr bei Instagram, da habe ich mich geäußert. In der Beschreibung auch nochmal ist der Text dazu und, ähm, ja, ich werde das Video jetzt kurz halten. Ich würde einfach sagen, liest es euch durch. Es ist angepimpt in den Kommentaren der Text, es ist bei Instagram unter dem Bild. Es ist, ähm, ja, liest euch den Text einfach durch. Ähm, ich sage mal nur eins, manche Leute sollen sich echt denken, ob sie hier richtig sind oder ob die freiwillig das Ganze hier verlassen müssen. Aber, meine Damen und Herren, es wird bei Roni Gaming weitergehen. Ich werde, ihr seht ja bei Roni Gaming auch einmal eingeblendet, alles nur Spider-Man. Es ist, ähm, es war, also ich hatte das Spider-Man aktuell gehabt, weil da nur viel Spider-Man kam. Es ist eher ein Kampagne-Kanal, ein Simulations-Kanal. Da kommen halt Spiele, die auf RoniTV nicht kommen. So wie Assassin's Creed und ich werde einfach wie Formel hochladen. Da werden solche Spiele kommen. Und, ähm, auf Roni Gaming werde ich mich auch nochmal viel kümmern. Ich werde mein Banner ändern, mein Profilbild. Und, ja, schaut gerne bei Roni Gaming vorbei. Lasst mir dann mal da eine Bewertung da auch. Ein Abo würde ich mich sehr freuen. Wie gesagt, es wird bei Roni Gaming mehr weitergehen. Hier wird es bis zum Freitag, den 3. Mai, also Freitag, den 3. Mai, keine Livestreams geben. Merkt euch das. Ab Freitag gegen 18, 19 Uhr geht es wieder los. Das heißt, in 5 Tagen geht es wieder los. Und bei RoniTV wird es dann Freitag einen Livestream geben. Und, wie gesagt, die Text, ne, könnt ihr überall finden. Ansonsten, Freitag geht es los. Und, äh, ja, Roni Gaming wird es auf jeden Fall weitergehen. Ich werde, da werden jetzt mehrere, äh, Games kommen. Lasst euch überraschen. Viel Spaß bei Roni Gaming. Danke nochmal an meine Community, die mega liebe Sätze geschrieben hat. Danke, danke, danke an viele Leute, die hinter mir stehen und einfach nur tolle Sätze geschrieben haben. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seid einfach nur die Treuen und die Untreuen, die gehen. Okay, so ist es. War's und jetzt haut rein. Ciao. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Like freuen, über ein Abo und nicht vergessen, die Glocke einschalten. Und ansonsten ja Instagram, RoniGaming02. Vielen Dank, haut rein und ciao.